Hi Leute und herzlich kommen retour zu Inside the Tackle Box. Einen Kördin, was ich heute mit wenigen Worten näher bringen möchte, ist der Hoeworm von der Firma Evergreen International. Erhältlich ist er in vier verschiedenen Größen, aber eine Größe, was ich für mich universellsten ausgezeichnet habe, ist die 6 Inchersion. Von der Aufmachung her entspricht eigentlich ein klassischer Finesse-Worm mit einer sehr weichen Kummi-Mischung. Kann für alle gängigen Techniken wie zum Beispiel Weightless, Waggy-Style, Dropshot und dergleichen natürlich hernehmen. Aber ein Setup, was sich für mich am besten ausgezeichnet hat, ist die Kombination mit dem Owner Jigger Rig. Das Owner Jigger Rig entspricht eigentlich einer klassischen Dropshot-Montage, aber nur mit dem großen Unterschied, dass ich nicht einen sehr großen Abstand zwischen Dropshot-Blei und Haken habe, sondern das Gewicht sitzt unmittelbar beim Haken auf. Das hat den Vorteil gegenüber der klassischen Dropshot-Montage, dass ich sie auch in hindernisreichen Gewässern einsetzen kann, ohne dass ich gleich Angst haben muss, dass sich mein Dropshot-Blei um den nächstbesten Ast wickelt. Natürlich hilft mir auch noch zusätzlich die Kombination mit den Offset-Haken, was meine Hakenspitze zusätzlich schützt, dass mein nächstbesten Hindernis hängen bleibt. Der große Vorteil vom Owner Jigger Rig zum herkömmlichen Jig-Kopf ist zusätzlich auch noch, gerade für Angler, die mit einem sehr weichen Untergrund zu kämpfen haben, dass durch das langgezogene Dropshot-Blei ein gewisser Abstand zum Grund vorherrschend ist und somit meinen Köder optimal auch bei weichem Untergrund über dem Boden präsentieren kann. Das Owner Jigger Rig ist natürlich erhältlich in verschiedenen Grammaturen und Hakengrößen und die kann man individuell zusammensetzen oder es gibt es auch natürlich schon in diversen Größen fertig aufgerückt. Köder- bzw. Wurmmetate wie zum Beispiel der Poo Worm sind gerade eine interessante Alternative, jetzt zum Ende der Saison, wo die Raubfische einfach oft auf die klassischen Gummifische und diese Minus-Shapes einfach nicht mehr reagieren, somit auch oft einen erfolglosen Angeltag in einen erfolgreichen Umwand. Aber probiert es euch selber aus. Ich wünsche euch viel Erfolg am Wasser und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.